Hayden Technologies, die Geburtsstätte unseres größten wissenschaftlichen Durchbruchs. Ein Gerät in der Lage, menschliche DNA neu zu konfigurieren. Wir konnten Wunden heilen, Krankheiten besiegen. Unsere Wundermaschine trug den Namen Transcoder. Etwas Vergleichbares hat es noch niemals gegeben. Ich erkannte aber auch seinen möglichen Missbrauch als Waffe. Die letzte Hoffnung für die Menschheit ist die tödlichste Killerin der Welt. Du bist eine Killerin. Du führst genau das gleiche Leben wie ich. Bitte lass mich hier nicht sterben. Details zu deinem letzten Auftrag findest du wie üblich in der Mappe. Du musst etwas sehr Wichtiges für mich erledigen. Bring mir diesen Hacker und bring ihre Mission zu Ende. Zusammt! alsche destaher! Demnächst auf DVD.